Es war unsere erste Nacht in seinem Traumhaus. Harry hatte sich so gefreut. Harry! Harry hat uns das Haus überschrieben. Wir schulden jetzt eine halbe Million Erbschaftssteuern. Wie viele Geheimnisse hast du noch? Vielleicht melde mich schnellstmöglich mit einem Angebot. Nein, das werden Sie nicht, Sie Arschloch. Das Haus darf nicht verkauft werden, außer an mich. Wir alle suchen doch nach etwas Positivem. Denken Sie nicht. Untertitelung des ZDF, 2020